so tag zwei in diesem wunderschönen haus ich bin das menschen starten wir mal Teechen starten wir mit dem Teechen warum nimmst du dich wie Axt im Ball muss ein Holzfäller sein ja jetzt kommen die drei IT-Nussen weg dann der Krüppelstumpf na wir hacken mal noch nicht so schnell da rüppelstumpf ja jetzt da so 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 Das war's. Okay. Vielen Dank. 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 Yep. Hey, hey, hey. Hey, hey. Hey, hey, hey. Hey, hey. Hey, hey. Hey, hey, hey. Hey, hey. Hey, hey. Hey, 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 hey. Hey, 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 hey Nein! Die stecken alle! Alle! Die stecken alle! Die stecken alle! Die stecken alle! Das war's für heute. Ach, der ist. 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 Moin. Moin. Ach, der ist. 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 τη Tuesday Feuerwehr. Ach, der ist. Ach. Ach, der ist. Ach, der ist. Ist. sind denn es ja alles andere ist ja spielerei denkt man natürlich nur das jetzt so gedanken aber die weg sind die ganzen äste schleppen hoch und wenn dann der häxler noch da war und wenn der auftrag erledigt ist die arbeit bruch dann doch ab und zu mal eine uhr ist ja nicht so schlechten habe ich mir gedacht musste die mal wieder aktivieren ich hoffe das funktioniert noch nicht dass die jetzt in drin die batterien na ja wie ist ja mit den batterien ach so dass die auslaufen so frühstück vorbei mensch mal ein paar stimme zurecht dr Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Ach, wie süß! Oh, der wird ordentlich Wucht haben, wenn er unten aufkommt. Marik! Ich sage mal, Perfektion hat einen Namen! Nein! Ja! Zwei! Ja! Na! Schön! Der ist jetzt einen Meter drin! Echt? Die Spitze? Ja! Er ist genau mit der Spitze aufgekommen. Nicht schlecht! Ja, ist gut! Ja! 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 Oh-oah-oh-oh-oh-oh-oh-ohhhh Oh-oah-oh-ohhh-oh, oh-oah. Wenn die Säge noch so läuft, schade, dann merkt man das ja nicht so, aber wenn ein Stamm dann so aufkommt, das ist ja dann vor allem hier auch durchdringt ja die ganze liegend. Alles gut, haben wir auch einen Seil im Grunde, jetzt haben wir den Feldschnitt an und dann haben wir zwei Kasten dran. Ich bin der Pfarrer, ich bin der Pfarrer, ich bin der Pfarrer. Ja, ja. Oder man sichert es halt über einen Klemmknoten, kann man auch machen, aber nicht. Also so, dass er nicht mehr zurückfallen kann. Aber er ist ja gerade, er ist belastet zu jeder Seite, oder? Hast du ja Tommy. Hä? Hast du ja Tommy. Ja, Tensin. Ja. Hier haben wir eigentlich viele Feuerzeuge. Das ist schon geil. Er ist schon geil, auch als Auftraggeber eigentlich. Das ist nicht so. Das ist nicht so. Ich hab ja schon viel Auftraggeber gehabt. Ein richtiger Arschlicher halt. Aber sie sind ja nicht so richtig als Auftraggeber. Ja, ne. Aber genau das ist ja das geiler. Ja, weil jetzt so. Ich mein ja, jeder andere hätte doch sagen können. Ja, müsst ihr euch was suchen, wo ihr übernachten könnt. Oder habt ihr eine Anfahrt halt jeden Tag und eine Stunde hin. Na ja, dann. Ja, ich würde auch nochmal drüber reden müssen. Das stimmt aber. Na, ich meine ja. Aber normalerweise ist ja so. Das ist recht. Das ist recht. Das ist ja nicht richtig. Ich hab das ja für mich gemacht. Ich hab das ja nicht mit anderen Augen gehalten. Das ist ja kein Wetter. Das ist ja der Flöten. Ja, das ist ja der Flöten. Ja. Ja. No. Vielen Dank. 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 Feierabend, wie das duftet. Jetzt wird erstmal noch viel aufgeräumt. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Aber, naja, okay. Kick, ist schon gut. Haben wir geschafft erst mal nicht. Ist okay. Super. Na, gar nicht umsonst. Schau einpacken. Die, die geht an's einpacken. Ja, das ist... Warte mal. Auto-Batterie. Ja. 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 Das hat Feierabend, wie das duftet. Ah, herrlich. Geht's los. Ja. 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 Ich weiß ja nicht. Und weil sie natürlich nicht verstopfelt. Feierabend. Zu Hause bin ich. Tag. ich schläft schon dem was ich machen wollte was ich schaffen wollte wie sie verdienst du denn so intensiv so gut wir machen feierabend ich habe feierabend wir sehen uns macht's gut war sehr anstrengend bis morgen oder übermorgen